Herzlich Willkommen bei Berlin und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Feel Underground und wir starten rein mit dem guten, sehr guter Lot. So wir scheinen einen Ritter zu sein, sind wir runtergestürzt? Sind wir vielleicht gestoßen rum? Okay, jemand will uns den Weg zeigen. Mal schauen. Okay, E ist Interaktion. Okay, alles klar. Na denn, brauchen wir mal los. Okay, wir sind wirklich ein Ritter. Wie geil. Alter, ii. Okay, also wir haben keine Erinnerung an irgendwas. Oh, ist das Rote. Was ist das? Was ist das? Okay, ist weg. Cool, cool. Was zur Hölle? Kann ich... Interaktion ist nischt. Wenn ich mich ganz langsam bewege... ...kommt ein Trotzchen raus. Wahrscheinlich muss ich schnell sein. Wenn es abtaucht, trau ich los. Jetzt. Oh, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich habe immer hattet, dass es kursierte Insekte. Oh, okay. Alles klar. Hey, hey, hey. Alter. Oh Gott, was geht denn hier ab? So, ich muss mal kurz mal gucken, ob ich eventuell das Gamma hier nochmal ein bisschen verstellen kann. Das war mir jetzt ganz schön. Das ist mir ganz schön düsterlich. Man sieht da ja nichts. Also hier auf jeden Fall auf meinem Monitor. Das ist ziemlich düster. So, ich mache es mal so. Apply. Und. Weiter geht es. Jetzt hoffentlich ein bisschen heller. Oh, für euch. Krass. Und welche Runen hier. Was hat das wohl für Gänge gemacht? Oh, fuck. Und lauter Tote. Okay. Ihhh. Ist das hier ein Wurm? Ihhh. Forgot down. Machen wir das mal. Wenn wir sind Spieß und was vorgebe, wirkt doch sofort erst mal runter. Oh, oh, oh. Ihhh, nee. Jetzt ist so ein Pampe durch hier. Okay, ich werde schauen. Kann ich hier durch den Durchgang durch? Okay, er geht durch. Alter, was schwimmt hier rum? Warum kauchen wir hier rum? Oh. Oh, uh. Aber geil gemacht, muss ich sagen. Also die Grafik sieht ja wirklich mega aus. Was? Wuh. Okay, schwimmen. Okay, wir sollen zurückgehen. Okay. Das ist Wasser. Was steigt? Okay. Okay, scheiße. Dann mal ernst schnell zurück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, beweg dich, Junge. Und das Wasser steigt. Nooo. Komm, schnell, 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 schnell. Oh, oh, oh. Na, schaffen wir was, schaffen wir was. Oh ja, wir haben es geschafft. Oder? Okay, wir sind raus. Okay. Halt mich nicht einfach umdrehen. Ich möchte mich umdrehen. Mann, warum muss ich denn jetzt hier rückwärts krauchen? Das ist doch ein bisschen Platz. Hast du doch. So. Das hat sich ja gelohnt. Das nach unten gehen. Ich mache mal nach oben weiter. Oh. Geht. Eine Lampe wäre auch geil. Ich habe keine Möglichkeit. Eine Fackel. Eine Taschenlampe würde er nicht bei haben. Ich glaube, das war noch nicht die Zeit dafür. Aber eine Fackel. Eine Fackel wäre geil. Bei dem ganzen Wasser. Wir sind ja auch, wie wir sonst. Aber hier haben wir irgendwo eine Lichtquelle. Das ist halt so voluminisierend. Die Lampe hier. Was sind diese nassige Kreaturen? Ist das wirklich? Oh, 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 oh. Alter, war das ein Auge? Oh. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Kommen wir jetzt eventuell... Ah, warte mal. Das Gitter ist da runtergeknallt, ne? Hat man doch gesehen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Gitter war, was hier vorne ist. Wo, äh, die arme Kreatur niedergemacht wurde. Ja, es ist offen. Oh, scheiße. Okay. Na, dann gehen wir mal hier rein. Oh, bitte. Ist das Licht? Kann man das mitnehmen? Yay. Tür ist zu. Oh, das wäre so gar nichts für mich. Take it. Jawohl. Leuchtepilz. Ach, cool. Wie lange... Glüht der jetzt ewig? Oder glüht der auch aus? Ich bin zufrieden, durch dieses Labyrinth der Schmerzen. Okay, hier können wir rein. Wir können geradeaus weiter. Na, ich würde mal sagen, wir gehen mal erstmal rein. Mal schauen. Letztendlich, das ist ein Labyrinth. Also... Oh Gott, jetzt geht es noch tiefer. Fäh... Es ist... Ah, warte mal. Ah, müssen wir da vorne erstmal... Ich würde mal ganz, ganz rein. Es sah so aus, als wenn da ein Spinnennetz ist. Und wahrscheinlich brauchen wir erstmal irgendwas, um das Spinnennetz zu vernichten. Ja, wir kommen nicht durch. Okay. Können wir uns auch ganz flach hinlegen, aber selbst ganz flach kommen wir nicht durch. Mit Interakten komme ich nicht durch und er hat den Pilz... Er hat den Pilz weggehauen. Ich raste aus. Er hat den Pilz weggemacht. Nein. 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 Ist hier noch ein Pilz, bitte? No. Ach, scheiße. Ah, das ist Murks. Aber er sagt uns schon, dass wir hier rein müssen. Ich guck mal nur kurz, ob ich den Pilz ja nochmal aufnehmen kann. Nein, er ist natürlich weg. Aber vielleicht ist der Pilz auch einfach erloschen. Gut, dann krauche ich jetzt gerade aus weiter. Oder ich kriege hier nochmal achtmal durch. So, ja. So, der, der Pilz... Ja, 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 ja. Wir müssen zurück. Ah. Oh, oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Ich werde jetzt durch den Pferd zerbrochen werden. Komm, was? Wie? Was? Aber... Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, kacke. Wir sind jetzt zerquetscht worden. Nein. Aber jetzt haben wir wieder einen Pilz. Den nehmen wir. Also, wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Aber die Frage ist... Was kann ich doch tun? Wir konnten uns jetzt flach hinlegen. Können wir vielleicht eher nach vorne klettern? Also, hier in unsere Richtung. Nee, das können wir nicht. Wir können hier gar nichts machen, irgendwie. Tja, das ist ja... Okay. Okay. So, wenn wir jetzt gerade ausklettern. Es sei denn... Ja, wir sehen ja hier schon überall Blut. Also, die Falle wird aktiviert werden. Die Falle wird aktiviert werden. Aber... Wenn wir jetzt quasi hier wieder rückwärts kriechen. Und in den langen Reihen. Können wir denn vielleicht irgendwas machen? Okay. Vielleicht müssen wir auch ganz zurück. Oh, mein Gott. Wir werden jetzt durch die Flasche zerbrochen. Ah, okay. Ah, verstehe, verstehe. Oh, oh, jetzt aber schnell. Hei, 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 hei. Alles klar. Das ist ja tricky. Aber der Pilz, der glüht wirklich langsam aus, wa? Oh, jetzt hätte ich mir gerade von meinem eigenen Arm erschrocken. So, tauschen wir mal gegen den frischen Pilz. Und weiter geht unsere tolle Journey hier durch diesen wunderbaren Tunnel des Todes. Aber da ist ein Passage. Mit einem sehr hohen Flaschen. Kann ich versuchen, es zu reduzieren? Spiders, Spiders, Spiders. Was könnte mehr schrecklich sein? Scheiße. So, und ein Manoe drückt und schon lässt er wieder den Pilz fallen. Das ist ärgerlich. Oh, endlich. Wir können uns gerade hinstehen. Oh. Oh. Oh, Gott. What a place this is. I can't handle this. Wait. Wait a minute. You can't panic. I'm not alone here. That means there's hope. Oh, das war die Demo schon. Ah, mhm. Ja, na Mensch. Das war 4 Underground. Ich find's ganz geil. Mal schauen, wenn's Fullgame rauskommt, wie's aussieht. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen, ich bin neugierig drauf. Sagt cool aus. Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch mal so einen kriechenden Daumen nach oben da. Und, falls ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal. Ja, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder zum nächsten Projekt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.